Yo Leute, ho ho ho, da ist er der Bitti, euer Bitcoin Trading Informant. Heute wieder die täglichen Krypto News. Ja, ich habe es noch geschafft vor Weihnachten. Es geht weiter, ich habe ein bisschen Zeit gefunden und möchte euch wieder einige News bringen, da es wirklich wichtig ist momentan. Die Zeit ist momentan so wichtig, weil wir ja vielleicht einen möglichen Boden sehen in der Krypto Szene. Aber zuerst mal die News. Was geht so ab hier an dem Tag heute? Zusammengefasst, top aktuell wie immer hier für euch, euer Santa Bitti. Also, los geht's. Also, gleich mal brandaktuell rein ins Vergnügen hier. Wir haben hier zwei Namen. Erstens Mark Caroline Allison und zweitens Gary Wang und beide bekennen sich wegen Betrugsschuldig. Achtung, es geht richtig los. Dwei führende Köpfe im Fall FTX bekennen sich in der Anklage wegen Betrugsschuldig und wollen nun vollumfänglich mit den Justizbehörden kooperieren. Da kann sich unser Herr SPF gut warm anziehen, Leute. Denn die Ermittlungen laufen. Achtung, weiter geht's. Nächster Artikel. Bitcoin, Miner, Northern Data, keine Schulden und 204 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr 2022. Das Unternehmen, Wachstum, 1,1%. Und das sind doch mal gute Nachrichten. Laut einem Aktionärsbrief von dem 20. Dezember, den der CEO Irish Dillianian verfasst hat, wird die deutsche Bitcoin-Mining-Firma Northern Data zwischen 202 Millionen US-Dollar und 206 an Umsätzen aus ihrem Krypto-Mining-Betrieb dieses Jahr erzielen. Im Schnitt wäre das ein Wachstum bei 1,11% und der Vergleich zum Gesamtumsatz des Jahres 2021, der bei 202 Millionen lag, da fügte auch der Tillianian hinzu, Achtung, Northern Data hat keine Schulden und hat daher die einzigartige Möglichkeit, sich zu konsolidieren und unsere aktuelle Position in Bitcoin-Mining zu stärken. Gleichzeitig können wir Cloud-Lösungen und Kollektionsdienste noch leistungsfähiger machen. Wir sehen beträchtliche Chancen im Markt für Hochleistungskomputing, den wir ins Auge gefasst haben. Ich habe euch meine Meinung dazu schon mal gesagt. Beim Online-Minen ist der Biti kräftig auf die Schnauze gefallen, hat hier Geld verbrannt und das war gar nicht wenig. Damals war das Hashflare.io und da war die ganze Kohle weg. Nein, Achtung, Achtung, kann ich dazu nur sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass hier Northern Data irgendwie auch so eine Geschichte ist. Nein, möchte ich nicht sagen. Aber ich möchte euch nur davor warnen, Blindlings irgendwas zu machen. Immer alles gut durchlesen, immer alles genau anschauen. Ich habe es leider nicht gemacht und meine Kohle war weg. Kleiner Rat vom Santa Biti. Nächster Artikel. Die Betrüger bedienen sich des Namens BitPanther. Also, Leute, wenn ihr irgendwas mit BitPanther zu tun habt und irgendwas hier an Mails oder sonstigen bekommt, wo BitPanther draufsteht, da ist nicht immer BitPanther drinnen. Achtung, Betrüger nutzen den Namen und das Erscheinungsbild der BitPanther Plattform, um Anlagebetrug zu betreiben. Ich gehe nicht näher drauf ein. Seid einfach vorsichtig, wenn ihr irgendwas damit zu tun habt. Schaut euch das zehnmal vorher genauer an. Nächster Artikel. Core Scientific meldet überraschend Insolvenz an, doch der Geschäftsbetrieb geht weiter. Also, habt ihr was damit zu tun? Core Scientific, der börsenorientierte Bitcoin-Miner, geht nun doch in die Insolvenz. Will das operative Geschäft dennoch aufrechterhalten. Und dann sind wir schon wieder bei dem Thema, Leute. Achtung, wenn ihr da euer Geld drinnen habt, irgendwo in einer Mining-Geschichte, wie auch immer die ausschaut. Bitte, bitte, schaut immer wieder drauf, wie geht es der Firma, kann man das Geld jederzeit rausnehmen und, 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 und. Achtung, und was ist, wenn der Bitcoin mal weniger wert wird und eure Mining-Rendite gehen runter, ist eure Kohle trotzdem da, kann man sie trotzdem jederzeit rausnehmen oder ist die Kohle vielleicht gelockt für zwölf Monate? Dann kann sein, dass euer Geld weg ist. Bitte, Leute, passt bei sowas ganz besonders auf. Warnung, Santa bitte, Ende. Nächster Artikel. Abrücken kann man vergessen. Keine Zinsrückgänge von FED im Jahr 2023 zu erwarten. Schauen wir uns auch kurz an. Für Bitcoin und Aktien ist kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die US-Zentralbank wird im Jahr 2023 die Zinsen nicht zurücknehmen, so der Analyst Jim Bianco. Nicht vergessen oder nicht zu verwechseln mit Roberto Blanco. Hier schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Bitcoin und andere Märkte werden keine größere Änderungen der Inflationspolitik der Vereinigten Staaten im Jahr 2023 zu sehen kriegen, so ein Analyst. Nicht der, wisst schon, Blanco. Am 20. Dezember sagte Jim Bianco, das klingt auch so wie ein guter, guter Drink. Was möchten Sie denn trinken? Ja, ich hätte bitte gerne einen Jim Bianco, bitte. Leiter des institutionellen Forschungsunternehmens Bianco Research, die machen die guten Tricks, auf Twitter. Die US-Zentralbank werde zunächst oder in den nächsten Jahren nicht von ihren Zinserhöhungen abrücken. Bianco, Renditkurve in Japan für alle Märkte von Bedeutung. Und angesichts der überraschenden Korrektur der Renditkurve, ich habe es euch schon berichtet, durch die japanische Zentralbank sind die Analysten in dieser Woche noch pessimistischer geworden, was die Aussichten für Risikoanlagen angeht. Ja, ich habe richtig gehört, Risikoanlagen, da gehört Kryptowährung auch dazu. Wir gehen auch nicht tiefer genau rein hier in die Geschichte, muss auch so leider gesagt werden, lassen wir mal so stehen. So, wieder mal ein kurzer Blick auf Ripple. Jeden Tag was Neues vom Ripple und heute schauen wir uns nochmal ganz kurz an Ripple. Was passiert, wenn die SEC den Rechtsstreit verliert? Können wir mal ganz kurz reinschauen. Und zwar, sollte Ripple von allen Anklagepunkten freigesprochen werden, dann ist damit zu rechnen, dass die SEC erstmals vor das Berufungsgericht zieht. So, damit ist die Geschichte lange nicht ausgestanden und es zieht sich noch länger wie ein Kaugummi, wie sie es eh schon sieht. Es wird jedoch einige Zeit dauern, bis das Gericht eine Entscheidung gefällt hat. Äh, ja, genau so ist es. In der Zwischenzeit könnten die US-Kryptobörsen, die den XRP im Rahmen der SEC-Klage aus dem Programm genommen haben, diesen aber wieder im Handel anbieten könnten, wenn sie möchten. Der Anwalt James K. Fillon geht davon aus, dass die Behörde dies verhindern wird, indem sie Richterin Torres darum bittet, das Urteil nicht zu vollstrecken, bis eine Entscheidung des Berufungsgerichts vorliegt. Na super. Aus seiner Sicht würde diese Taktik der SEC dazu führen, dass es zu einem weiteren Rechtsstreit zwischen den beiden Parteien kommt. Super. Also, summa summarum, es soll sich alles weiterziehen wie ein Kaugummi. Alles soll irgendwie so schwindlig bleiben. Es gefällt mir nicht. Nächste Geschichte. Große Kryptobörse streicht Achtung. Ethereum aus dem Sortiment. What the hell? Die Kryptobörse Paxful entfernt Ethereum von ihrer Plattform. Die Gründe, die Konsensumstellung, fehlende Dezentralität und Tokenscams. Dominik Döller hat hier einen Artikel rausgehauen, da müssen wir ganz kurz rein. Und zwar, der P2P-Kryptomarktplatz Paxful, habt ihr damit was zu tun, Achtung, hat Ethereum von seiner Plattform entfernt. Das bestätigte der CEO der Exchange, Ray Youssef, auf Twitter. Ich habe da auf unserem Discord-Kanal eine super Info auch darüber bekommen. Vielen Dank dazu voneinander. Und zwar hat er hier geschrieben, Achtung, er schreibt uns das mal hier, der CEO und founder von Paxful schreibt hier, er pfeift auf Ethereum auf gut Deutsch. Okay, Dankeschön immer wieder für diese Nachrichten hier, auch wie das hier. Gefällt mir auch ganz gut. Hier ein schönes Chartbild hier mit unserem Empire, was ich schon ewig prophezeie, der alte Prophet, Santa Pity. Und hier die Zone zwischen 4.000 und 8.000, irgendwo bei 6.000, die Discountzone. Naja, lassen wir das auch mal einfach so stehen, Leute. Wir müssen ja nicht auf jeden, jeden Chart hier eingehen. Aber, Achtung, weiter geht's. Die Kryptobörse wollte mit dem Schritt ihre Integrität wahren und die wirtschaftliche Apartheid beseitigen, heißt es. Ein erster Grund für das Delisting sei der Ethereum-Merch, der als Vollblut-Bitcoiner bekannte Youssef sagte, dass Proof-of-Work, POV, die Innovation ist, die Bitcoin zum einzigen ehrlichen Geld macht, das es gibt. Ethereum hätte sich mit der Umstellung zu Proof-of-Stake, POS, zu einer digitalen Form von Fiat gemacht, so sein Argument. Für alle, die noch immer nicht wissen, was POS und POV ist, ich habe ein super Video gemacht, das müsst ihr euch anschauen, ist nicht lange her. Zwei Teile, ein Tutorial, wie erkenne ich einen Scam-Coin. Und da habe ich auch erklärt, was ist POS und was ist POV. Schaut es euch an, war erst vor ein paar Tagen. Der Perksvoll-Gründer behauptete weiter, dass Ethereum nicht ausreichend dezentralisiert sei und eine kleinere Gruppe von Leuten das Netzwerk kontrollieren würden. Ein Vorwurf, mit dem sich die Ethereum-Community seit der Merge immer wieder auseinandersetzen muss. Der dritte Grund sei die Fähigkeit der Ethereum-Blockchain, die Tokenisierung von Vermögenswerten zu ermöglichen. Viele dieser Tokens seien Scam-Projekte und hätten den Menschen daher Milliarden US-Dollar geraubt. Ja, lasse ich auch mal so stehen. Ist ja nicht alles falsch, was er da sagt. Hat ja auch durchaus eine Berechtigung, was er da sagt. Was sagt denn ihr dazu, zu der ganzen Geschichte? Dann natürlich gleich drauf passend, Ethereum die Preis-Prognose. Visa plant Ethereum-Zahlungen, habe ich euch auch schon ein paar Mal gebracht. Steigt der Kurs jetzt wieder auf 16,30. Der Steffen Bösweich hat wieder mal was hier rausgehauen. Und da gehen wir mal ganz kurz rein in einen Artikel. Okay, während sich der Kurs bei Ethereum in etwa bei 1200 Dollar bewegt, kommen nun Bullish-News von Visa. Aber die sind schon ein bisschen älter. Der weltweit agierende Kreditkartenanbieter kündigte an, dass er seinen Kunden automatische und wiederkehrende Zahlungen anbieten will. Dabei könne Ethereum-Technologie die entscheidende Rolle spielen. Das habe ich euch aber schon mal gebracht. Aber da gibt es noch ein bisschen mehr dazu. Lassen wir das mal aus. Und dann plant Visa dazu nämlich auch noch eine eigene Wallet. für Kunden. Visa plant dazu die Nutzung von einem Ethereum-Konzept mit dem Namen Account Abstraction EIP86. Leicht zu merken. Diese Idee von Ethereum-Gründer Vitalik Buterin sieht vor, dass Benutzerkonten auf der Ethereum-Blockchain wie intelligente Verträge funktionieren. In einem Visa-Statement heißt es dazu, dies bedeutet, dass anstelle einer harten Kodierung der Gültigkeitsbedingungen in das Ethereum-Protokoll, die für alle Transaktionen auf verallgemeinerte Weise gelten. Die Gültigkeitsbedingungen stattdessen auf anpassbare Weise in einem intelligenten Vertrag pro Konto programmiert werden können. Tja, das ist ein konsequenter Schritt. Hier von Visa, da könnte natürlich auch Ethereum davon profitieren. Aber Ethereum-Kurs reagierte nicht auf die Visa-News. Trotz dieser bullischen Ankündigung. Wahnsinn! Früher hätten wir gesagt, mal zwei, mal drei, to the moon, let's go. Aber was ist passiert? Ethereum-Kurs? Nix ist passiert. Tote Hose. Flaute. Der Vogel ist ausgeflogen. Nämlich, der Kurs verharrt in seiner Konsolidierungsphase bei 1200 Dollar. Schön, oder? Zwar hat sich der Kurs etwas von den Tiefständen der Vorwoche bei 11,60 erholt, aber von einem echten Aufwärtstrend kann hier noch nicht gesprochen werden. Noch am 14. Dezember war Ethereum oberhalb von 13,50 und verzeichnete damit innerhalb einer Woche einen Rückgang von rund 10%. So, was ist jetzt in den letzten Tagen für 2022 beim Ethereum noch zu erwarten? Schauen wir uns das auch kurz an. Gibt es noch eine kleine Erholungsrallye? Bitte, Santa Rallye, die eine gute Basis für den Jahresstart 2023 legt. Oder wird es noch zu einer weiteren Korrektur kommen, die Ethereum wieder Richtung der wichtigen 1000 Dollar Marke führt? Die technischen Chartanalyse kann Hinweis auf mögliche kurzfristige Preisziele für den Ethereum-Kurs liefern. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Achtung, wir haben Gefahr. Gefahr auf dem Tagesschart, die Korrektur um 21% bei Ethereum droht. Ihr wisst, was das auch für die anderen Coins bedeutet. Auf dem kleinen 1-Stunden-Chart von Ethereum ist zu erkennen, dass für den Ethereum-Kurs Gefahr droht. So könnte die Kryptowährung eine bärische Kopf-Schulter-Formation ausbilden, die zu einer heftigen Korrektur führen könnte. Schauen wir uns das hier mal ganz kurz an. Hier wird zum Beispiel gezeigt, Ethereum könnte hier im Stunden-Chart eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation machen. Das schauen wir uns jetzt mal natürlich genauer an. So, Ethereum-Chart. Ethereum-Tageschart. Jede Kerze ist ein Tag, bevor wir uns das im Detail im Stunden-Chart anschauen. Ja, wir hatten die große Schulter-Kopf-Schulter. Das seht ihr hier. Und sind unter unserer Linie ausgebrochen. Runder auf 1200. Haben das Ziel auch perfekt erfüllt. Passt. Okay. Der Kuchen ist gegessen. Im nächsten Chart, hier ein bisschen kleiner, dafür gehen wir in den 4-Stunden-Chart. Passierte folgendes oder passiert momentan gerade folgendes. Schaut euch das mal an. Hier. Linke Schulter. Kopf. Rechte Schulter. Hier die Trendlinie. Zweimal aufgeschlagen wieder jetzt. Und die große Frage. Können wir uns hier halten in dem Dreieck? Oder geht es nach unten durch? Stürzen wir da nach unten durch? Wenn das passieren würde, sehe ich hier 600 Dollar. Das habe ich euch auch schon in einem Video gebracht. Hat nicht besonders viel Anklang gefunden. Kein Wunder. Geht ja auch runter. Ich würde auch gerne sagen, Ethereum to the Moon und Richtung 8000. Dann würde ich ein paar Clickbaits bekommen. Aber es ist halt nicht die Wahrheit. Ist halt mal so. Die Wahrheit tut auch mal weh, Freunde. Also, wir haben jetzt folgende Situation im 4-Stunden-Chart. Erstens mal das Dreieck muss halten. Zweitens mal die Trendlinie unten ganz wichtig. Drittens mal wir haben das Dance-Cross wieder hier im 4-Stunden-Chart. Achtung, Freunde. Das ist böse. Wir hatten hier einen Golden Cross. Und der Versuch, das hier auch zu lösen mit dem Spike nach oben, hat nicht funktioniert. Keine bestätigte Kerze. Bäm. Wieder nach unten. Und wir haben es hier. Das böse Dance-Cross im 4-Stunden-Chart hat uns wieder. Ganz schlechte Geschichte. Genau hier bei 1228 war es. Und das war hier am 21. Nee, 22. Dezember. Da. Nee. 21. Dezember. Da war das böse Dance-Cross wieder da. Und was ist jetzt auch los? Die böse Kerze geht nach unten. So viel mal zum 4-Stunden-Chart. Und natürlich gibt es noch einen Stunden-Chart. Und natürlich gibt es da noch etwas zu sehen. Und zwar, ja, wie der Artikel hier jetzt auch gerade zeigt. Wir haben hier, wenn wir uns das kurz so anschauen, hier bei dem Artikel, gehen wir da noch mal kurz rein. Und zwar sehen wir hier am 25. Dezember beginnend hier im Stunden-Chart die linke Schulter. Also, nochmal zurück. Hier suchen wir uns den 25. Dezember. Und der war hier 78, 21, 21, was hier? Was rede ich hier? 25. Dezember. What the hell? 15. Dezember. 15. Dezember. Der war... Bisschen raus aus dem Ganzen. So, der war... Hier. Ich sehe das Ganze ein bisschen anders. Ich muss echt sagen, ich sehe das Ganze ein bisschen anders. Ich sehe das Ganze eigentlich... Hier so, meine lieben Freunde. Schulter. Mögliche rechte Schulter. Dann hier. Ich zeichne es einfach mal hier nach oben. Am besten hier im Line-Chart. Und zwar sehe ich dann hier... Es ist nicht so richtig schön. Es ist nicht so richtig schön, das Ganze. Ich sehe dann hier eine Trendlinie. Über den Punkt nach oben. Von mir aus so in der Richtung. Und dann könnte das die Trendlinie sein. Dann könnte das die rechte Schulter sein. Und dann hätte ich vielleicht im Stunden-Chart hier so eine Linie zu zeichnen. Und dann könnte ich diese Linie hierher nehmen. Je nachdem, wo wir dann runtergehen. Wir sind schon sehr stark im Kaffeesud lesen. Glaskugel lesen. Linker kleiner C juckt schon stark. Und dann könnten wir da runtergehen auf die 11.14. Vielleicht aber eher auf diese Linie, die hierher kommt. Auf die 11.30. Warum? Weil das das Dreieck ist. Also, im Stunden-Chart durchaus möglich. Schulter, Kopf, Schulter. Trendlinie. Nach unten durchbrechen. Auf die 11.30. Das ist die Linie für unser Dreieck. Und wenn es da weiter runtergehen würde. 600 Dollar. Achtung, Achtung. Also, es schaut bei Ethereum momentan echt nicht gut aus. Und auch nicht im kleinen Zeitfenster. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Nächster Artikel. Stürzt der Bitcoin jetzt zu Weihnachten unter die 15.000 Dollar Marke? Steffen Rathmann. Ganz kurz. Gehen wir hier rein. Kann es denn in den kommenden Tagen zu einem Absturz kommen? Ich hoffe nicht, dass es wieder so ausschaut. Aber hoffen hilft nichts. Wir schauen einfach mal rein. Was sagt uns denn eigentlich jetzt hier die technische Analyse? Folgenden Tagen hat sich der Bitcoin-Kurs wieder gefasst. Könnte er jetzt noch stärker abfallen? Und warum? Die Zinserhöhung der FED hat leider das Momentum des Anstiegs bei 17.000 zuletzt komplett zerstört. Dann haben wir natürlich Binance gehabt. Und die ganzen Geschichten. Und jetzt ist die Frage, geht es runter Richtung 15.000? Und die Richtung des Bitcoin-Kurses zeigt seit einigen Wochen wieder nach unten. Wissen wir. Größten Krypto-Börsenprobleme Binance, FTX, Gerüchte, Verschleierung, Liquidität, BNP-Kurs und, und, und. Kann der Kurs sogar bald noch auf 10.000 Dollar fallen? Wenn der Bitcoin-Kurs in den nächsten Tagen auf 15.000 fällt, dann könnte es in den kommenden Wochen noch weiter nach unten gehen. Denn die 15.000 Dollar stellen eine wichtige Unterstützung für den Bitcoin-Kurs dar. Sollte diese Unterstützung bei 15.000 fallen, Leute, dann könnte der Bitcoin auch wieder in Richtung 10.000 fallen. Viele Analysten sehen einen weiteren Abfall auf 10.000. Allerdings könnte der FTX-Crash auch bereits den Abfall auf das Tief des Bärenmarktes ausgelöst haben. Ob der Bitcoin-Kurs noch einmal in den Bereich zwischen 10.000 und 15.000 Dollar fällt, ist schwer zu sagen. Natürlich. Wenn es allerdings zu einem Abfall unter 15.000 kommt, dann passiert es sehr wahrscheinlich kurzfristig in den nächsten Tagen und Wochen. Also Achtung. Eine Ausnahme, das wollen wir nicht hoffen, Leute. Eine Ausnahme wäre die komplette Implosion der Kryptobörse Binance. Wenn das passieren würde, BAM 5.000, wenn nicht noch tiefer und dann Gute-Nacht-Kryptomarkt. Und mit diesem Gute-Nacht-Kryptomarkt lasse ich euch für heute allein, Leute. Danke fürs Zuschauen. Macht es gut. All das kein finanzieller Ratschlag. All das die täglichen Krypto-News um 19 Uhr. Eigentlich jeden Tag. Immer. Jeden Tag. 19 Uhr auf meinem Kanal. Live mit mir zum Chatten. Lieben Dank an die Leute, die immer wieder mit dabei sind. Spezielle Grüße gehen raus zum Angry Higgins in die Türkei. Natürlich an den Satoshi, an den Matze, an den Thomas, an den Martin, an den Lauterbach, an alle, alle, die mich hier immer so kräftig unterstützen. Mille Grazie. Vielen Dank dafür, Leute. Und es geht auf jeden Fall weiter. Es geht immer irgendwie weiter. Und ich hoffe, wir schaffen es wieder mal in den Bullenmarkt. Momentan Zähne zusammenknirschen, durchhalten. Und Dankeschön. Macht es gut. Schwingt den Hut. Tschüss und ciao. Euer BD. Euer BD.